Und hier ein weiteres wunderbares Exponat im Erfinderzeiten-Auto- und Uhrenmuseum in Schermberg. Die sogenannte Rennzigarre. Tosch, da rauchnein lassen können. Ein Hochgeschwindigkeitsgeschoss, extrem stromlinienförmig, nicht leicht zu fahren. Gucken wir mal, hier tiefer gelegt, ein ganz tief gelegter Sitz. Es war brutal schwer reinzukommen, aber fast noch schwieriger wieder rauszukommen. Hier die Stützräder, die erst eingeklappt wurden, wenn das Fahrzeug ein entsprechendes Tempo drauf hatte. Und hier vorne, was man für einen kühler Grill halten würde, ist eigentlich einfach nur ein Griff. Für den Fall, dass man eine Havarie hat, hat man es damit heimziehen können. Unglaublich ersonnen, von Freiherr König Faxenfeld, aus Ahlen hergestellt, von NSU. Zusammengenietet aus drei Zinkbadewannen. Spaß. Für mich könnte es aber genauso gut Silberfischli heißen. Weil Licht an, weg ist es. Und dieses lustige, orange Dreirad ist ein Weltrekordfahrzeug. Wir schreiben das Jahr 1979. Man weiß inzwischen, dass man Öl sparen muss. Und so veranstaltet die Zeitschrift Auto Motorsport gemeinsam mit dem Öl Multichell ein Rennen auf dem Hockenheimring. Wer ist der Sparsamste? Bei den Amateuren gewinnt die Familie Weber aus Oberndorf am Neckar. Und hier drinnen saß Gunter Weber. Aber ich weiß nicht genau, wie sie ihn reinkriegt haben. Vielleicht haben sie auch das Fahrzeug um ihn herum gebaut. Ich hoffe, er ist wieder heil rausgekommen. Aber ein Liter Diesel, 824 Kilometer. Da kommst du ja quasi von Bempflinge bis nach Kopenhagen. In dem Fall nicht. Sie blieben auf dem Hockenheimring. Und es hat auch keine Ampelgeber. Und dann im Ziel die Belohnung. Du bist reingefahren und dann hat Selle Schell geschellt. Weil wenn Selle Schell schellt, schellt Selle Schell. Ein Ford Taunus von 1950. Eine richtige Karosche. Wer sich so ein Auto mit 3.200 Mark leisten konnte, hatte er sich gewissermaßen gesellschaftlich schon etwas emporgearbeitet. Oder er ging noch weiter. Hier, der Opel-Kapitän von 1953. 5.000 Mark kostete dieses Auto. Ein Traumauto der 50er Jahre. Mit Wölbung und mit Wülsten. Wer so ein Auto besaß, war mindestens einmal ein Fabrikbesitzer. Oder sein verzogener Sohn, der sich heimlich die Autoschlüssel besorgt hat und mit seiner Freundin irgendwo Nord zum Fahrer. Hier eine nicht geteilte Rückbank. Hinten noch Platz für die Hutablage und für einen Wackeldackel. Hier zwei Fahrräder von Nordab aus Ladenburg. Das ist hier in der Nähe. Hier ein Damenrad, etwas tiefer gelegt. Und hier das Herrenrad mit zeitlich angebrachter Klingel. Diese Fahrräder waren so zu kaufen. Und hier unten ist nicht etwa die Thermoskanne und die Scheibenbremse. Nein, das ist der Hilfsmotor, den man nachträglich anbringen konnte, um mobil zu bleiben. Wir haben hier ein Fahrrad mit Motor. Und das ist schon fast der Übergang zum Motor mit Fahrrad. Wie bei der NSU Quickli. Wenn hier der Motor ausgefallen ist, dann bist du halt dreppelt. Wenn beim NSU Quickli der Motor ausgefallen ist, dann hast du schon schieben müssen. Das hier ist ein Mercedes-Benz 300. Eine Staatskarosse. Kostet jetzt viermal so viel wie ein Opel-Kapitän. Aber war ja auch alles dran. Hier zwei Fähnle, allerdings lachhaft kleine Scheibenwischer. Aber es war ja eher zum an der Seite hinauswecken. Damit sind sie gefahren. Der Adenauer, der Ludwig Ehhardt, der Kiesinger und so weiter. Also 10.000 wurden davon hergestellt. So viele Kanzler hat man gar nicht gehabt. Vorne der Chauffeur, natürlich optional. Der sieht mir ein bisschen aus wie der Günther Oettinger. Aber der wäre damals ja noch gar nicht im Politikgeschäft gewesen. Also huuuhu.